Ich habe meine Philosophie gar nicht hier, was in Deutschland zum Beispiel, unsere Begrüßung, so, das ist böse und gut. Aber es ist nicht deutsch. Böse ist böse in Deutschland und gut ist gut, extra. Du bist ein Böser, du bist niemals in einem zusammen. Das ist zwischen gut und böse in einem, so getrennt. Aber in einem, kaum eine Erklärung. Das ist für mich auch so der erste Buff. Huch, das gibt nicht. In Deutschland gibt es so was, in Europa kommt es nicht. Du bist so böse, du bist gut.